Ich bin Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools und ich möchte euch jetzt unseren 2 in 1 Schnellwechsel Bit-Halter vorstellen. Den klassischen Bit-Halter kennt ja eigentlich jeder, ganz handelsüblich, wie er ja in vielen Sortimenten dabei ist. Aber was hier besonders interessant ist, dass ich eine 2 in 1 Aufnahme habe. Das heißt einmal Bit-Aufnahme und wenn ich jetzt die Hülse nach hinten schiebe, habe ich eine klassische Viertelzoll Aufnahme. Ich zeige euch das jetzt auch mal mittels einem handelsüblichen Bit. Ich habe das in mein Bohrfutter eingespannt, setze jetzt hier den Bit ein und wenn ich jetzt unterschiedliche Verschraubung habe, habe ich oft im Verkleidungsbereich Unterboden, dann schiebe ich dann gerade die Hülse zurück. Somit habe ich die Viertelzoll Aufnahme und kann jetzt einen klassischen Viertelzoll Steckschlüssel aufsetzen. Und das lästige Hin- und Herspannen zwischen den einzelnen Verschraubungen in meinem Werkzeug erspare ich mir. Das war's für die letzte Stück. Ich habe das in mein Богdum. Das läuft.